Nun gut, hier, gucken wir uns mal die neue Waffe an. Ja, wir haben zwei Waffen in der Hand. Okay, so sehen die Aktionen aus, die Block-Aktionen. So kann man angreifen, cool. Ja, die Waffe ist schon cool. Nun gut. Und somit werden wir hoffentlich besser kämpfen als mit dem Schwert. Ja, ja. Und hoffentlich zieht diese Waffe auch mehr ab als die anderen. Okay, den Hebel haben wir ja noch nicht betätigt. Okay, diese komischen Dinger stehen. Und ja, wir sehen, das Teil sollte sich eigentlich bewegen und uns zerfleischen. Aber nein, jetzt hört sich's auf zu drehen. Ach, was ist jetzt mit dieser Kiste? Ach, ey. Lassen wir sie einfach. Ja, und wie wir hören, will uns immer noch der Bogenschütze treffen. Okay, hier ist nichts. Okay, dann müssen wir jetzt wohl ins Wasser gehen. Ja, ja. Okay, dann müssen wir jetzt mal. Okay, dann nehmen wir mal rechts. Mal gucken, was hier ist. Ja, eigentlich können wir wenigstens jetzt durchschwimmen, obwohl wir es schon von Anfang an hätten können. Naja, egal. Okay, wir sind jetzt hier in diesem Raum. Ah, schnell hoch. Okay. Ja, ich kenne diesen Raum, der ist echt blöd. Okay, aber mich würde noch mal interessieren, dass da nicht viel Wasser ist bei diesem 2... Ah, vielleicht ist es auch was, aber naja. Mal gucken, was da ist. Ich weiß nicht, ob beide Wege zum gleichen Ziel finden, deswegen überprüfe ich das mal. Aber so wie es aussieht... Ja, wir sind wieder hier rausgekommen, okay. Okay, hier haben wir ein paar Schalter und die öffnen die Türen. Aber es kann jeweils nur ein Schalter davon getätigt werden. Hm. Gucken wir mal, was hier ist. Okay, ähm... Hierzu muss der Dreieck geöffnet werden, aber hm, ja. Es können nicht zwei gleichzeitig betätigt werden. Okay. Ja, ich kann es euch zeigen. Hier betätige ich Dreieck. Und wir gucken doch. Die Tür wird zu sein, ja? Es ist zu, aber im Hintergrund ist es offen. Aber die Tür ist hier offen, okay. Hm. Hier ist nichts. Hä? Ah! Irgendwas muss da sein, sonst hätten wir nicht da was durchgesehen können mit der Kamera. Egal. Wie es aussieht, kommen wir aber hier nicht weiter. Deswegen... Gucke ich mir mal diesen Raum an. Okay, wir haben für einen Bruchteil einer Sekunde die Stadt sehen können, aber naja, das ist egal. Ah ja, hier geht's weiter, okay. Und naja, oben gibt's nichts, okay. Hm. Hm. Speichern. Okay, ähm, springen wir. Nee, gehen wir runter, wow! Okay. Oh, wow, wow. Zum Glück bin ich nicht gesprungen, aber... hier komm ich jetzt rüber, vielleicht sollte ich doch springen, mal gucken. wo knapp okay aha eine wache kommen scheiße sind zwei wachen wir versuchen es trotzdem ach nein der tötet nein das ist so eine art cutscene wartet sich egal wie ich kämpfe naja egal dann kill ich einfach von hier aus diese wache haha headshot verdammt haben wir ihn getroffen nein es hat ja die wand getroffen egal dann müssen wir es nochmal versuchen nein und jetzt wissen die dass ich den bogen habe und laufen rum oh mein gott egal sie sind weg deswegen sie sind jetzt komplett weg okay ah ja und jetzt wenn ich raus gehe sind sie wieder da klug sehr klug mein gott was für ein spiel mein gott du zweiter wichser und was machst du was zappelst du rum bist du nervös dass ich jetzt gestorben bin oder was dann verpasse ich dir einen headshot man ja toll er lebt immer noch tolle pfeile und jetzt ist mein pfeil in arsenal aus egal versuchen wir dich nochmal zu töten vielleicht aber nein wenn selbst diese eine nicht stirbt dann du doch erst recht nicht toll ja die pfeile sind leer und du lebst gibt es hier irgendwo pfeile nein mein gott und wie komme ich hier rüber hmm die tür ist offen vielleicht müssten wir doch dahin naja hmm ich habe die pfeile ja verschossen deswegen aufweich nicht mehr oh ok sehr klug mein mörder ist er hat sich in luft aufgelöst mhm aber wir waren trotzdem alle zeugen was er da gemacht hat ok jetzt muss ich über die falle hüpfen so wow 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 eine echt böse falle naja wenn wir jetzt dieses dreieck betätigen wird die tür bestimmt wieder zu sein die wir vorhin gesehen haben verdammt ok aber da muss es weiter gehen jetzt da wo ich jetzt hingehe weil sonst macht alles keinen anderen sinn mhm die verdammte tür ist wieder zu ok aber hier muss es doch weiter gehen oder ah verdammt das sieht doch aus wie ein schalter diese ungedrehte fackel verdammt ja hier geht es weiter mein gott hätte ich das schon früher oh mein gott wir mit zwei platzen gegen dieses monstrum nein was ist das jetzt oh mein gott ich war wohl zu langsam ok komm her testen wir unsere neue waffe im kampf verdammt es gibt doch irgendwie so eine combo aber ich weiß nicht wie man die macht egal lasst du dir es erstmal verdammt ok ich habe fast nein verdammt naja egal dass die feinde so schwer sind habe ich mir selbst zu schreiben weil ich habe ja auch schon das spiel auf schwer gestellt und das bleibt auch so nicht